Hallihallo und Willkommen zurück zum Let's Play Son of Man, mit mir Levitan 2. Ja, ich hoffe ihr verzeiht den letzten Part mit viel Text und Kampf. Vor allem Kampf. Und ja, wir gehen jetzt weiter. Wir haben eine gefallene Freundin zu rechnen und das werden wir tun. Ab, und, und, Julius, 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 Julius. Und kein Problem, äh, ach, das ist so traurige Musik. Davon wir sagen nichts. Mittels als Zimmer haben wir hier noch irgendwas, nee. Tja, dann gehen wir wohl das Kinderstäbchen reintreten. Was für eine traurige Musik. Und was hast du zu sagen? Oh, oh, Lady Bedusa. Ja, hab ich mir schon gedacht. Das ist aber auch nicht so, ja. Meine Oma denkt immer an mich, sie ist die Beste. Die Stadtbewohner sagen, Meister Divius fände seine Mutter abstoßen, aber er ist sehr fürsorglich. Er will seine arme Mutter bestimmt noch von den Nassen vor den Augen der neugierigen Stadtbewohner schützen. Ich weiß das natürlich nicht, mir darfst du das Sicherheit, aber... Ja, du gibst... Ah, na, ich... Was willst du? Ich bin beschäftigt, also schwer. Bist du zur Zulaufleitung? Okay. Ich will nur nicht, dass es nachher mehr hängen bleibt, nur weil ich nicht mit ihr gesprochen habe. Dass man da nicht weiterkommt. Ja, die wieder ist ein Labyrinth, zumindest für mich. Und hier geht man auch nur im Kreis hin. Wo müssen wir hin? Wenn ich die irgendwie noch... Keine Ahnung... Nick Kraut... Irgendeinen Weg, den wir gehen können... Kein Pfad... Irgendso was. Und hier... Achso hier... Puh... Meister Divius, erwartet euch. Okay... Nicht gut. Ja, willkommen zurück im Dungeon... Und ich bin ganz allein... Forever... Okay, der Bogen hat mir im letzten Part viel gemacht. Hier ist er aber anscheinend nicht mehr so viel vor. Gut, die Clowns haben keine Angst vor Schlägen. Ne, zumindest nicht vor Schlitzen. Und auch Schläge sehen hier... ...trüb aus. Stoops. Stoops. Ja, das könnte lustig werden. Ich hasse es, wenn man Gegner nur mit Magie ist. Wow, 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 wow. Hat mir der gerade mit meinem Leben abgezogen? Ne, frei, 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 weg. Es geht dir mal so was von Gaudicht. Nioh, nioh, nein, weg, 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 weg. Wow, wow, wow. Den Wolf hätte ich wahrscheinlich noch töten können, aber... So, weg mit dir, weg mit dir, weg, weg. Oh, Gott, was bist du? Ich will dich nicht mehr sehen. Weg. Wow. Ja, aber hallo, du. Weg. Weg. Das ist bei einem Schwerpmeister. Ah, zum Glück ist er tot. Äh. Ich bin viel zu unterlevelt. Obwohl ich eher glaube, dass es einfach meine Rüstung ist, die unterlevelt ist. Ich sollte mich mal irgendwann noch als Rüstung bearbeiten. Ach. Aber. Naja, im Moment geht's noch. Der Bogen ist doch mal eine Hilfe. Gott. Nein, komm jetzt. So, gut. Weg. Ah. Ach, du bist zu nahm, Arretter. Aber danke für die Erfahrungspunkte. So. Was hat der? Das ist doch kein normaler... Keine Ahnung, keine normale Miller mehr. Haben die Dorfbewohner Nira's gefunden, dass da irgendwie noch ein ganzer Komplex ist. Ich meine, es ist eben noch das EG. Ja, ja, level up. Level up. Äh, die... wird sich heilen müssen. Oh. Ja, wenigstens war es schön. Das heißt, der Bogen wird mir hier wahrscheinlich auch... sehr gute Dienste leisten. Obwohl ich es vielleicht irgendwann bereuen werde, dass ich Nira mit dem Bogen spiele jetzt. Hier runter. Ja, come on. Wow. Nein, nein. Wegbleiben. Hier rüber. Come on. Perfekt. Ich sehe, dass es mich einiges an Nerven kosten wird, hier rüber zu kommen. So. So. Noch nicht aufhören. Ne. Gut. Andere Wege suchen. Ich werde mich wahrscheinlich nicht mit diesem Level anfreunden können. Oh. Küste. Engelskelch. Damit kann ich natürlich die Toten wieder benehmen. Wenn ich Freunde hätte, die mich begleiten würden. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Was ist das von Clown? Oh Gott, nein. Keine Clowns. Keine Clowns. Ich hasse Clowns. Bleib weg. Das interessiert dich nicht, oder? Viel Spaß. Ich bin weg hier. Okay, vielleicht hin zu mir. Clowns. Geh weg. Ich habe nichts mit dir zu besprechen. Ich bin nur von den Clowns hier weg. Keine Clowns. Oh Gott. Wieso Clowns? Wieso Clowns? Wieso Clowns? Wieso Clowns? Wieso Clowns? Ich brauche die Magie, um mich zu heilen. Da kann ich es nicht gebrauchen, wenn ich da noch... Wow. Wenn ich mich da noch die Gegner mit Maghetri besiegen muss. Wow. Wenn sie wenigstens einen Schaden nehmen würden mit dem Boden, dann kann ich sie auf Entfernung halten. Kein Schaden ist doch asozial. Okay, da muss ich es nur ein paar Mal treffen. Auch nicht. Okay. Wolf weg. Oh, komm. Ich gehe da weg. Gut, dann können wir jetzt heilen. Das Kicken bestimmt auch. Wir müssen es nochmal heilen. Gummifrosch. Kannst du hier bitte auch sterben. Das ist ja nicht von dir. Irgendwie merke ich dich nicht dritter. Aber was ist schlecht, du bist ja, wirst du nicht. Oder Clowns! Kann ich hier nicht einfach irgendwie... keine Ahnung. So lange umherlaufen ist keine Clowns. Ja, wow, wow. Ja, toll. Ich kann nicht mehr weggehen. Lass mich hier durch. Ja, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, sterbe. Kann es sein, dass ich jetzt diesen Clown hier erleben muss, damit ich die Magiebarriere dort hinten mit... ... mit Geist zerschmettern kann. Oder warte, nein, ich habe eine bessere Idee, ich zerschmettern will die... ... noch einfach so. Ich muss nur den... ... mit Geist. Ich muss nur den Clown hier hochkommen. Komm schon, komm schon. Ich weiß, du willst jetzt... Hier bin ich, hier bin ich. Komm, komm. Egal. Zack. Und der Weg ist vorbei. So, Geist wechseln. Illumi. Waffe wechseln. Eck. Villa Tebius. Ach, nochmal. Vielleicht hier noch etwas. Statue. Speichelstatue. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier sterben werde, ist gegeben. Entsprechend weiß vielleicht nicht ungefähr. Ich meine Möglichkeit zu geben, mich selbst zu verteidigen. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Okay, hier kann ich nicht mehr tun. Gut, dann probieren wir halt das mit dem Windgeist aus. Schokolade! Leben ohne Illuminen. Der Ritter ist da reingesperrt. Mein Glück, im Nachkampf möchte ich ihm nicht begegnen. Auch demnächst würde ich lieber auf Abstand halten, wenn es geht. Wenn sich zu ihm im Achtung biebt, schön. Wie viel von euch sind wir noch da? Ich kann mich nicht anknallen. Einfach raus. Und Stufe hoch. Ja, zum Glück. Ich möchte mehr Leben und mehr Verteidigung und all das haben. Obwohl, jetzt fällt mir gerade auf, dass meine Verteidigung wahrscheinlich erheilt ist. Von der Statuswirknis, die am meisten noch zu leiden hat. Windmünze! Schneid mal! Heißt das irgendwas? Das Clouds kommt. Ja, das Clouds. Das Clouds kommt vor mir. Ach komm. Na wenigstens muss ich da nicht durch. Ich muss da durch. Und da ist Zeramer. Komm, 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 komm. Yes. Weil ichs kann. Weil ichs einfach kann. Da war ichs kein Problem. Boah, Mann. So, mal heilen. Heilen. Gleichzeitig nachher noch irgendwann mal in meiner Verteidigung arbeiten. Kranzheisen. Keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber anscheinend hat's funktioniert. Die Tür ist offen und ich kann mir vorstellen, welche Tür das ist. Jetzt muss ich nur noch zurückkommen. Ja. Na, der Cloud will mich nicht vorbei lassen. Boah. Wie ich die Attacke hasse. Du lässt mich hier nicht zufällig auch mit dem Boom durch. Nee. Dann holt wieder die Axt. So. So, gut. Nee. Keine Ahnung. Ha 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 ha. So. Schnell noch. So. Ich bin hier schon weg, ich bin hier schon weg, ich bin hier schon weg. So. Ilumi. Und dann noch da oben. Und dann noch da oben. Dann noch die Eben. Und dann weiter. So, jetzt muss ja hier irgendwo dann die Tür aufgegangen sein. Ja. Ja, der Laserstrahl, den will ich sicher nicht in Besicht haben. Und dann noch da oben. Ja. Ja. Und dann hier ist die Tür aufgekommen. Ja. Schattenmünze. Ja. 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 Ich bin hier. Gut. Du scheinst sicher zu sein. Warum? Nicht mehr wieder. Ja. Schaut mich nicht so an, ich weiß nicht, was ich getan habe. Aber ich weiß, dass ich jetzt speichern werde. Wirst du zum Anagentimaten und wie, dass ich das möchte. Speichervorgang. 20. Gut. Ich würde sagen, das war's wieder mit diesem Part. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dann.